Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Königsmacherfreunde. Endlich habe ich mal richtige Worte dafür gewunden, yay. Ja, zu Majesty HD Gold. Gold HD, wie auch immer. So, bevor wir wieder in die Kampagne gehen, aktivieren wir unsere Improved Guards Mod. Weil die ist wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Garthaus ist in dem ersten Teil halt nur bedingt nützlich, ohne diese Mod. Und die Mod macht ja eigentlich nicht viel mehr, außer dass sie die Reichweite von Garthäusern etwas erhöht. Und Veteranen und Palastwachen etwas verbessert. Ansonsten sind die ja eigentlich nur Kugelfang. So, wir gehen wieder rein in die Kampagnenkarte. Wir sind ja schon ziemlich weit in der südlichen, im südlichen Teil. Ja. Slay the Mighty Dragon, das ist das, was wir als letztes machen werden, bevor wir die Endquests dann abschließen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Brashnards Ultimate Sphere of Power. Und dann Vengeance of the Lich Queen. Ja. Mal sehen, wie das wird. Zum Glück haben wir bereits the Fertile Plane abgeschlossen. Weil dieses Gebiet war doch schon recht garstig. Vor allem, weil wir zwei Versuche gebraucht haben, weil die letzte Velo uns zum ersten Mal überrannt hat. Mal gucken, ob wir dieses Mal bei Ultimate Sphere of Power mal wieder die Agarella Dauros Kombi hinkriegen und mal wieder Paladiner ausbilden können. Do I understand that your Highness seeks Brashnard's Ultimate Sphere of Power? Possession of that Legendary Artifact would certainly lend authority to your rule. As you surely recall, the Sphere was broken into seven sections which were scattered to the far reaches of the land. A great number of heroes must be summoned in order to scour the realm for these last shards. By your authority, let this bold undertaking commence. Majesty, it is not this humble servant's place to question your wise directives. But this undertaking is, well, ambitious. Can we truly succeed where countless others have failed? Ja, das kriegen wir schon hin. Also unser Berater ist ganz anders als sein Sohn. Der ist ja immer mit dem Kopf durch die Wand, während er der Vernünftigere von beiden ist. Ja. Wir coveren die sieben Schäden, die machen Brashnards Ultimate Sphere. Das heißt, wir können Barbaren rekrutieren. Erstmal bauen wir aber einen Blacksmith von dem Marketplace. Und hauen gleich schon mal Barbaren raus, die uns verteidigen können. Aber es geht schon los. Wir werden schon angegriffen. Ja. 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 Das geht jetzt schon mal ins Geld. Ja. Aber ich denke, wir haben es jetzt schon so weit geschafft, dass wir diese Angriffswelle überlebt haben. So, jetzt müssen erstmal die beiden repariert werden und wir graden gleich mal das Castle auf. So, wir haben Barbaren, die sehen so aus, die Jungs. Und es ist ja schon mal gut, dass sie es nicht mit Ranger verstehen. Das war unser Gardhaus. Das wird gleich unsere Ranger-Gilde gewesen sein. Ja, scheiß wieder Taurus. Ja, und soweit ich weiß, haben die Temple of Chrom's... ...Rage of Chrom. Ach so, das können wir hier triggern. Ah, sehr gut. Das heißt, wir können jetzt versuchen, ein Gardhaus zu bauen. Und eine Ranger-Gilde. Und vielleicht auch eine Warrior-Gilde, bitte. Ach, du weine Güte. Wer hat den denn eingeladen? Ja, der könnte lästig werden, oder? Wir haben sogar Drafen jetzt hier. Ja, soviel zu dem Gardhaus. Soverein, ein Gebäude wurde aufgeräbt. Komm, wir werden mich stärker. Ich werde zurück. Soverein, ein Gebäude wurde aufgeräbt. Komm, wir werden mich stärker. Ich fühle mich aus, die Probleme. So, machen wir mal das hier. Mal sehen, was das bringt. Okay, ich glaube, wir können die Bissung gleich nochmal neu starten, weil... Oder auch nicht. Vielleicht bringen wir es noch hin. Okay, das scheinen wir überlebt zu haben. Ist jetzt die Frage, haben wir das Schlimmste überstanden, oder... Kommt doch was Schlimmes auf uns zu. Soverein, ein Gebäude wurde aufgeräbt. Nein, da kommt doch eine Welle Evil Okulose. Und auch ein Drache. Das war wieder... Und noch ein... Und noch ein Drache. Okay. Ne, boah, wir Gilde, wäre jetzt trotzdem eigentlich schlecht. So, jetzt müssen wir das Guardhaus so doch aufbauen. So, da wir ein Tabcloth-Quorm haben... Da wir zwei Tabcloth-Quorm haben... Da ist schon mal das erste Gebäude, was eine Sphäre enthält. Okay, wir haben uns gerade noch so fangen können. So, jetzt bräuchte ich noch hier oben ein Guardhaus und da bin ich einigermaßen abgesichert erst mal. Guardhaus... Sagen wir... Hier... Guardhaus... Ich will auf jeden Fall die Schmiede auf Maximum bringen, dass ich Zwerge anfeuern kann. Das wäre hier nämlich auch nicht verkehrt. Und hier muss ich Protection Wings erforschen damit... Wo wollt ihr alle hin? Ach du meine Güte, Harbchen. Und zwar jede Menge. Aber da scheinen meine Guardhäuser gut mit klar zu kommen. So, Schwede... Dann Marktplatz. Ach, hier wurden ein paar Zombies abgeschlachtet. Und du levelst gegen den Troll auf. Ja, sehr schön. So, mit der Schmiede sind wir schon mal gut dabei. Dann warten wir bis unser Visitor weg ist. Also ja, ich glaube, jetzt haben wir so mal das Schlimmste überstanden. So, dann können wir jetzt mal Market Day ausrufen. Wir kriegen hoffentlich noch mehr Geld rein. Ja, kriegen wir. Damit lässt sich fast schon ein Level, äh, also der Marktplatz, die Forschung auf dem Marktplatz tätigen. Und vielleicht sogar noch der letzte Warrior, der uns fehlt, anheuern. So, noch eine Sphäre. Ich will die Sphärgebäude erstmal in Ruhe lassen, bis ich mich nicht ordentlich aufgebaut habe. Und abgesichert und alles. Sehr schön. Weil wir müssen sieben von diesen Dingern zerstören. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir eins zerstören. Noch ein Markttag. Vor allem will ich auch erstmal Zwerge haben. Ja, drei haben wir schon mal entdeckt von diesen Sphärengebäuden. Welten Mannssbachens bewusst. Ja, hält man die Sphärengebäude...